Wir sind hier live on stage im Museum für Film und Fernsehen in Berlin. Und zwar ist das Filmmuseum aus der Kinemathek hervorgegangen, die bereits seit 1963 existiert. Und das Tolle ist natürlich an diesem Museum die Architektur. Das Museum wurde von Hans-Dieter Schaal entworfen. Hans-Dieter Schaal, das ist so ein Architekt gewesen, der eben sehr renommiert ist und der dieses einzigartige Ontario gewissermaßen entworfen hat. Und der erste Bereich des Films bezieht sich auf Pioniere und Diven des Films, also auf die Anfänge der Filmtechnik. Können wir mal gucken. Das Ganze ist natürlich didaktisch sehr gut aufbereitet. Also wir haben hier immer halt bestimmte Texte, die auch nie zu lang sind. Also die Besucher können sich dann darunter etwas vorstellen. Die ersten beiden Filme wurden ja von Louis Le Prince entworfen. Der ist jetzt nicht Teil dieses Ausstellungsbereichs Louis Le Prince. Hat im Grunde die ersten beiden Filme gedreht. Also er hat einmal die Familie Whitley in einem Film, der drei Sekunden geht, gezeigt, in ihrem Garten. Und dann hat er in Leeds, hat er den Straßenverkehr in einer dreisekündigen Sequenz gezeigt. Und das waren die ersten beiden Filme. Und damit ging es dann gewissermaßen, ja, los. Und das war bereits im Jahr 1888. Diese Ausstellung beginnt eben mit den Skladanowski-Brüdern. Hier zu sehen Filmpioniere Max Skladanowski und Emil Skladanowski. Und das hier ist die Annonce. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man, ja, jetzt hier, jetzt kannst du noch draufhalten. Ja, jetzt ist es wieder weg. Ja, egal. Manchmal poppt der Name da kurz. Dann kann man ganz kurz gucken. Aber hier ist natürlich die Zeitungsannonce ein ganz wichtiger Teil. Weil als die damals dann im Wintergarten, das ist ein Varietät, die Arte in Berlin-Mitte gewesen, ihre acht Kurzfilme vorgestellt haben, ging das natürlich durch die Decke. Also hier auch entsprechend als, wenn du ganz nah dran gehst, kannst du es auch lesen. Die interessanteste Erfindung der Neuzeit ist natürlich Quatsch. Also die interessanteste Erfindung ist, wie wir alle wissen, die Taschenuhr. Und danach kommt der Fallschirm und der Gasballon. Und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts. Aber dann kommen eben diese Sachen. Und man muss eben dazu sagen, das Bioskop ist sehr beeindruckend gewesen. Es war so, dass das Varietättheater 1500 Gäste fasste. Und es war vier Wochen lang jeden Tag ausverkauft. Also man konnte viel Geld machen. Und als dann eben die Skladanowskis ihr Gerät patentiert hatten und damit groß durchstarten wollten, waren sie allerdings nicht so erfolgreich. Weil es ist eben so gewesen, dass dieses Gerät unglaublich kompliziert war. Es war schwer zu bedienen. Es war schwer, Filme zu produzieren darauf. Es war sowieso alles noch viel Arbeit. Und es musste ein besseres Gerät her. Und das ist dann eben passiert. Das waren die Lamiere, Brüder Louis Lamiere und Auguste Lamiere. Ich musste mal überlegen, ob ich den Namen richtig ausspreche. Auguste Lamiere, genau die beiden Brüder haben. In Paris dann exklusiv ausgestellt, vorgestellt. Im Grand Café in Paris ihre neue Apparatur. Und das war der Cinematograph. Der Cinematograph war viel besser. Der war viel praktischer. Er war leichter. Das war sehr gut für das Wanderkino später. Und er war einfacher zu bedienen. Und das hat dann dazu geführt, dass das Bioskop mit Max Skladanowski und den Skladanowski-Brüdern zum letzten Mal 1897 dann vorgeführt werden konnte. Und Max Skladanowski, der war dann sehr traurig. Hat sich zurückgezogen aus dem Filmbusiness. Aber er ist irgendwie ihm auch treu geblieben damit. Kannst du mal draufhalten. Das ist ein Daumenkino, ein sogenanntes Daumenkino. Das kennen wir alle natürlich. Ganz wichtig für den Übergang von der Fotografie zum Film. Und er hat dann eben seine Filme, die er mit seinem Bioskop nicht mehr vorstellen konnte, weil sich der Cinematograph durchgesetzt hatte, hat er dann seine Daumenkinos vertrieben, verkauft, rumgegeben. Und wie man hier schön sieht, in edlen Leder-Etuis. Das war eben dann natürlich der Oberhammer. Herrlich. Rechts daneben befindet sich ein Notiz- und Geschäftswuch von Max Skladanowski. Auch sehr cool. Ja, und Max Skladanowski ist eben auch auf dem Boulevard der Stars geehrt. Mit seinem eigenen Stern. Herrlich. Aber die Lamier-Brüder, die hatten dann den großen Ruhm. Kinos waren ja dann in ihrer Anfangszeit erst mal Wanderkinos. Also die Leute sind rumgewandert von Ort zu Ort, haben sich ein paar Tage dort niedergelassen und dann ihre Filme vorgestellt. Und je nachdem, wie erfolgreich sie waren, waren sie dann auch wieder schnell verschwunden. Also es ist in der Tat so. Also das Prinzip war ähnlich wie beim Zirkus. Und die ersten ortsfesten Kinos, die gab es dann so um 1906. Die haben sich dann in großen Städten hauptsächlich versammelt und waren auch keinesfalls tonlos. Also sie hatten dann auch schon eine gewisse Akustik. Oft war es so, dass ein Pianist die Filme musikalisch begleitete oder dass ein Kramophon zu dem Film spielte. Das heißt, der Stummfilm war im Grunde gar nicht wirklich stumm. Und eine Apparatur, die auch sehr gut geeignet war, die Filme akustisch zu unterstützen, eine ganz eigene Tonspur hatten sie ja noch nicht, war zum Beispiel der Phonograph von Thomas Edison bereits im 19. Jahrhundert erfunden. Der ist natürlich sehr präzise gewesen, konnte nahezu lippensynchron den Film dann eben begleiten. Es ist natürlich viel los gewesen, also auch wirtschaftlich. Das Kino ist Anfang des 20. Jahrhunderts gewachsen. Und hier zu sehen ist zum Beispiel dann auch Hennie Porten. Hennie Porten ist auch einer der ersten deutschsprachigen Superstars, Filmstars in Deutschland gewesen. Und sie wurde gefördert von Oskar Mäster, weil ihr Vater war mit Oskar Mäster befreundet. Und das hat ihre Karriere sehr beflügelt. Wir können ja mal gucken, ob von Oskar Mäster hier was zu sehen ist. Nein. Da hinten, genau. Also Oskar Mäster, der hat eben ganz viel gemacht. Das war auch ein Filmtechnik-Pionier. Der hat eine eigene Kamera entwickelt, einen eigenen Projektor. Und er hat eben auch zahlreiche Filme dann mit Hennie Porten beispielsweise gemacht, die dann eben auch akustisch bereichert worden sind, indem gewissermaßen zu dem Film eine Grammophon-Platte abgespielt worden ist, die synchron zu dem Projektor laufen konnte, weil der Projektor inzwischen nicht mehr handbetrieben war, sondern er war automatisiert. Ganz bekannt natürlich hier zu sehen ein großes Plakat, die Mäster-Woche. Oskar Mäster hat eben eine Wochenschau gemacht, kurz nach Eintritt der Deutschen in den Ersten Weltkrieg. Hier zu sehen, die militärische Zensurkarte. Das war einfach furchtbar. Es wurde alles Mögliche zensiert. Es durften keine militärischen Häfen angezeigt werden. Es durften keine Kriegerischen, keine Kampfflugzeuge gezeigt werden. Es durften keine Waffen gezeigt werden. Keine Verletzten, keine Toten. Kamerateams durften nicht in frontnahe Gebiete. Darüber nochmal zu sehen, Oskar Mäster GmbH. Auch ein Dokument und hier dann eben auch die Originale, sodass man das schön nachvollziehen kann, hier oben zu sehen. Das ist ein Foto, das eben dann auch aus einem Einsatzgebiet ist, wo eben die Soldaten dann auch regelmäßig was zu sehen bekamen. Oskar Mäster hat natürlich zahlreiche Filme gemacht und dann immer auch schöne Notizen dazu angefertigt. Man sieht ja auch diese wunderschöne Graphologie, ganz hervorragend. Du kannst ja mal, ich weiß nicht, ob du das ganz heranzoomen. Ja, genau. Also der Geist, der damals in der Luft lag, war eben auch ein sehr geordneter. Die Leute verfügten über ein sehr hohes Organisationsniveau und haben dann auch entsprechend gute Filme gemacht und haben es auch ertragen, dass diese Apparate teilweise noch sehr kompliziert waren. Was wir auf diesem Foto hier sehen, ist Asta Nils mit Urban Gat, der Regie geführt hat und an der Kamera befindet sich Guido Seba, der Leiter der Deutschen Bioskop GmbH, die dann das Studio Babelsberg geworden sind. Und auf diesen ganzen Bildern sieht man sie dann eben auch, da oben links auch nochmal zu sehen, Asta Nils, die großartige Schauspielerin, von der Guido Seba im Grunde gar nicht genug gekriegt hat, kommt ursprünglich aus dem Theater. Eine Schauspielerin, die über einen sehr intensiven Ausdruck verfügt, die eben auch sehr viele Rollen verkörpern konnte und sehr wandlungsfähig war. Sie hat eben auch einen entsprechend interessanten Nachlass mit vielen interessanten Requisiten. Ein wichtiger Film war eben auch dieser hier, das Mädchen ohne Vaterland. Es gab natürlich noch andere Filme, die mit Asta Nilsen gemacht worden sind. Ab 1912 dann, es war nämlich so, dass Guido Seba dann ein eigenes Areal gekauft hat. Und das war die sogenannte Deutsche Bioskop GmbH. Die hat dann in Neu-Babelsberg ein eigenes Studio gebaut, ein gläsernes Studio, ein Glashaus. Und dort hat dann Guido Nilsen ab 1912 mit Asta Nilsen als sozusagen ersten oder einer der ersten Superstars des Films, ganz viele Filme gemacht. Und das wurde dann immer größer. Also man hat ein Areal zugekauft und heute ist das eben das sogenannte Studio Babelsberg. Also nach Hollywood gewissermaßen die Nummer zwei. Viele berühmte Filme werden da bis heute gedreht. Zum Beispiel Operation Balküre wurde da gedreht oder das Grand Budapest Hotel. Also auch neue Filme. Aber eben auch mit Marlene Dietrich, Der blaue Engel oder Metropolis, ein ganz berühmter Film, der auch Teil der Ausstellung ist. Alles im Studio Babelsberg. Und hier zu sehen, du kannst es mal draufhalten, ist eben die Bauzeichnung. Also man sieht eben dieses beeindruckende Bauwerk. Es war ja wirklich groß. Und inzwischen ist das Studio Babelsberg eben weltweit eines der wichtigsten Studios für Filmproduktion. Es besitzt 460.000 Quadratmeter Areal, auf dem dann Filme gedreht werden. Und ein weiterer Superstar der ersten Tage des Kinos ist Fernandra. Hier zu sehen, sie ist nicht mehr ganz so bekannt wie vielleicht Aston Nielsen oder Hennie Porten, aber eben auch ein wichtiger Star des frühen Films. Und demnach dann halt auch entsprechend hier ausgestellt. Was aber auch wichtig ist, es ist ja nicht nur so gewesen, dass der frühe Film keineswegs stumm war, wie zum Beispiel die Produktion von Oskar Mäster zeigen, den sogenannten Tonbild, in dem er halt eine Grammophon-Blatte zum Film abspielen konnte, sondern die frühen Filme sind auch keineswegs farblos gewesen. Du kannst es dir mal hier zeigen. Was wir hier haben, ist eine Virage. Den Film, den wir hier sehen, der ist grün eingefärbt. Er ist leicht grün eingefärbt. Und das ist natürlich das Interessante. Die Filme waren keineswegs immer nur schwarz-weiß, sondern sie waren in verschiedenen Farben eingefärbt. Und das war eine Form der Virage. Das bedeutet, die Filme wurden komplett monochrom eingefärbt, teilweise auch mit Schablonen eingefärbt oder teilweise sogar von Hand eingefärbt. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass der frühe Film nicht schwarz-weiß war. Und die entsprechenden Farben, die haben eine bestimmte Bedeutung. Also Rot zum Beispiel steht für Gefahr, Grün steht für Natur, Blau steht für Kälte oder für Nacht, soll gewissermaßen einen entsprechenden Gefühlszustand ausdrücken, kommunizieren. Und Sepia, Gelb beispielsweise, steht für Innenarchitektur und so weiter. Und es gab eine stillschweigende Übereinkunft zwischen den Filmproduzenten und dem Publikum, dass diese Farben sinnvoll sind. Und hier auch zu sehen, wer hätte das gedacht, so frühe, so alte Filme, eben komplett eingefärbt. Und das ist natürlich eine ganz besondere Form dann auch der Ästhetik. Hier haben wir es ja zum Beispiel rosa. Und ja, also diese Sachen sind schon sehr wichtig zu wissen. Der frühe Film war weder tonlos, noch war er farblos. Das Museum ist auch interaktiv. Bitte Knopf drücken. Ah, wie schön. Das ist ein 35-Millimeter-Projektor mit Malteser-Kreuzschaltung von 1914. So was hat ja Gerhard Lamprecht auch gesammelt. Gerhard Lamprecht, der hat ja die Mediathek gegründet, hat schon als Kind viele Sachen gesammelt, hat ein eigenes Archiv angelegt und solche Sachen, war davon fasziniert, ist eben studierter Kunstgeschichtler und Theaterwissenschaftler. Und dann hat er seit seiner Kindheit eben schon solche Dinge gesammelt. Dokumente, Requisiten, Filmmaterial, diese ganzen Dinge hat er gesammelt und hat dann eben daraus eine gewisse Kinemathek gestaltet. Das war dann die Lamprecht-Kinemathek bis 1963. Und 1963 wurde dann eben diese Kinemathek gegründet. Also die deutsche Kinemathek, aus der dann im Jahr 2000 diese Ausstellung hervorgegangen ist. Und wir können ja nochmal gucken. Es gibt natürlich ganz viele wertvolle Dinge, die herausgestellt werden, aber sie sind nur ein Teil der Kinemathek. Die Kinemathek verfügt über sehr viel. Die Dauerausstellung im Bereich Film, die ist eben im Jahr 2000 dann von Hans-Dieter Schaal, dem Gestalter dieses einzigartigen Entterieurs, entworfen worden. Und 2005 hat er dann nochmal den Bereich Fernsehen gestaltet. Und 2006 ist dann eben aus dem Filmmuseum Berlin das Museum für Film und Fernsehen geworden. Hier zu sehen, autobiografische Notizen von Gerhard Lamprecht. Das sind Originale. Gerhard Lamprecht war ein unglaublich talentierter Mensch. Der hat ja jetzt nicht nur Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte studiert, sondern er war Drehbuchautor, Regisseur, Dramaturg. Er hat total viel gearbeitet und im Laufe seiner Zeit, im Laufe seines Lebens sich immer mehr interessiert für das Archivieren von Filmmaterialien. Und das war richtig cool. Der hat dann eine große Sammlung gehabt. Leider ist es im Zweiten Weltkrieg so gewesen, dass ein großer Teil zerstört worden ist. Also es ist nicht mehr viel übrig geblieben zum Schluss. Aber das ist eben der Ursprung. Das Gerhard Lamprecht Archiv, die Lamprecht Mediathek. Und Lamprecht hat die Deutsche Mediathek, die es seit 1963 gibt, sogar noch drei Jahre geleitet. Bis 1966. Und ja, das ist hier die Ausstellung. Und ja, das ist hier die Ausstellung.